Grüßt euch meine Lieben, ich habe wieder ein neues Häkelvideo für euch und zwar zeige ich euch heute wie ich diesen Schal gehäkelt habe. Der ist besonders geeignet für Anfänger, weil er eben so einfach geht, aber ich finde das Muster trotzdem toll. Besonders bei solchen bunten Wollen und bei solchen Farbverläufen wirkt das finde ich noch viel besser. Mit dem Muster finde ich das auch so toll, wenn man Dreieckstücher draus macht oder schöne Decken, also man kann wirklich viel mit dem machen. So, ja und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Das ist jetzt die Wolle, die ich benutze, ich mache dafür keine Werbung, ich habe mich nur wirklich, wirklich in diese Wolle verliebt, besonders in diese Farbe, davon gibt es eh mehrere. So, das ist ein 200 Gramm Knäuel, Gesundheit Schatz. Das ist ein 200 Gramm Knäuel, hier sieht man dann auch, wie das aussieht, so der Verlauf. Bei mir, ich habe den Schal genau mit dem Knäuel, ich habe nur einen kleinen Rest noch gehabt, verhekelt und der ist bei mir nicht ganz 1,60 Meter lang geworden. Hier wird empfohlen, eine Nadelstärke von 6 bis 7, ich habe aber extra eine größere genommen, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich habe hier Nadelstärke 8. Es tut mir leid, das Licht hier ist nicht ideal, aber ich wollte euch trotzdem das Video aufnehmen, jetzt sieht man es glaube ich, ist 8 Millimeter. Ich würde euch das auch empfehlen, welche Wolle ihr auch immer nehmen solltet, nehmt da auch mindestens eine Nummer, ganz sicher, eine bis zwei Häkelnadeln Größen größer, weil dieses Muster, was wir jetzt häkeln, wirkt, ist eher ein bisschen steif, wenn man das wirklich mit einer kleineren Nadel häkeln würde, würde das ziemlich steif werden, deswegen habe ich das extra absichtlich mit einer größeren gehäkelt, dass es einfach leichter fällt. Bei mir haben diese 200 Gramm eine Länge von 3 Meter und 12, also 3 Meter und 12 Zentimeter, das ist halt das, ihr könnt natürlich jeder beliebige Wolle nehmen, seht ihr, und hier beim Schal fällt er einfach schön, deswegen habe ich extra eine größere genommen. So, und sonst braucht ihr nur noch eine Schere und falls ihr wollt Maschenmarkierer, aber anstatt der Maschenmarkierer könnt ihr natürlich auch einfach eine andersfarbige Wolle nehmen und so geht das dann auch. Als erstes beginnen wir mit unseren Anfangsknoten, dafür nehme ich mir einfach den Faden, mache mir da einfach so eine Schlaufe, dass ich mit zwei Fingern durch kann, schnappe mir dann den Faden und ziehe ihn einfach einmal durch. So, und jetzt machen wir eine Luftmaschenkette und die könnt ihr dann einfach so lang machen, wie breit ihr euren Schal wollt. Das einzige, worauf ihr achten müsst, ihr müsst so viele Luftmaschen machen, also ihr müsst das mit drei multiplizieren. Das heißt, 18, 21 Luftmaschen, 24 Luftmaschen, 27 Luftmaschen, so breit ihr euren Schal halt möchtet. Dafür nehmt ihr euch einfach nur den Faden und zieht den durch. Und jetzt, wie in meinem Fall, mache ich 24 Luftmaschen. Und 23 und 24, seht ihr, das wird dann in etwa nicht ganz die Breite. Ich messe das einmal ab, damit ihr seht, wie das bei mir circa ist. Seht ihr, das ist bei mir so fast um die 23 Zentimeter, aber ich steige dann eh mit dem da hoch, also sprich, mein Schal wird dann so 20, 21 Zentimeter breit. So, gut, und jetzt sehen wir hier die ganzen Luftmaschen. Jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht auch nicht diese Wolle zeigen sollen. Sie ist zwar sehr schön, aber ich glaube, nicht so einfach zum Sehen. Hier haben wir die Vs, seht ihr, von unseren Luftmaschen. Und hier zählen wir von hier 1, 2, 3 hinunter und in das dritte stechen wir hinein. Ihr könnt euch hier einen Faden nehmen oder auch zwei. Holen uns den Faden, ziehen ihn dann einmal hoch und maschen beide ab und haben unsere erste feste Masche. Und jetzt würde ich vielleicht empfehlen, wenn man jetzt nicht so geübt ist und nicht so viel häkelt, dass wir hier, seht ihr, wo unsere Luftmaschenkette ist, also diese zwei Glieder, wo wir dann hochgefahren sind, dass wir uns das markieren. Dann tut sie euch später leichter, ihr werdet dann eh sehen, warum. So, und jetzt machen wir eine Luftmasche und stechen dann nicht in die nächste hinein, sondern in die übernächste. Das heißt, wir lassen eine aus und stechen in die nächste hinein, holen uns den Faden, ziehen uns das hoch und maschen beide ab. Dann wieder eine Luftmasche, eine lassen wir aus, in die nächste stechen wir dann hinein, holen uns den Faden und maschen beide ab. Und so verfahren wir einfach die ganze Reihe bis runter. Nur die erste Reihe ist ein bisschen, so ein bisschen eine Fingerspielerei, wenn man da hineinstechen muss. Die anderen werden dann viel einfacher, das werdet ihr dann gleich sehen. Ich häkle jetzt mal bis zum Schluss und zeige ich dann das Ende. Ich bin jetzt auch gleich beim Ende angekommen, das heißt noch eine Luftmasche und hier steche ich dann in meine letzte Luftmasche von der Luftmaschenkette hinein und mache hier meine letzte feste Masche. Seht ihr? So sieht das dabei bei mir aus. Und jetzt machen wir eine Luftmasche, die zweite Luftmasche, um hochzukommen, drehen dann alles um. So, damit ihr wisst, warum ich das mache. Hier die erste Luftmasche ist, damit ich raufkomme und das ist auch meine erste quasi falsche feste Masche. Und diese eine da ist so wie die anderen, die wir hier immer dazwischen gemacht haben. Gut, jetzt habe ich hier meine zwei und jetzt, seht ihr, das sind hier oben die Vs, stechen wir, hier haben wir unsere letzte feste Masche, da stechen wir nicht hinein, sondern in diese Zwischenräume. Seht ihr? Wir haben hier überall diese Zwischenräume. Zwischenräume, das ist der Raum hier unter den festen Maschen. Und da stechen wir dann hinein. Also sprich, da müssen wir nirgends mehr herumfudeln oder herumschauen, sondern einfach nur da in die Lücke hinein, Faden holen, raufkommen und dann beide abmaschen. Und dann wieder Luftmasche und hier in die Lücke hinein und wieder feste Masche. So, und nun werde ich hier, seht ihr, wo wir raufgekommen sind, diese zwei Luftmaschen, da gebe ich jetzt auch so einen Maschenmarkierer hinein. Ich habe ganz vergessen, meine Lieben, bitte, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr einfach einen anders färbigen Faden nehmen und den da hineingeben. Hier. Und jetzt machen wir gleich weiter. Ich zeige es euch noch einmal. Eine Luftmasche, hier die feste Masche, seht ihr, dieses V auslassen und hier in diese große Lücke hineinstechen, Faden holen, feste Masche. Und das machen wir jetzt einfach bis zum Ende der Reihe. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Gut, ich bin hier kurz vorm Ende. Hier steche ich wieder ein, hole den Faden hoch, mache meine feste Masche, dann mache ich wieder eine Luftmasche und nun, seht ihr, tue ich mir viel leichter, weil ich hier sehe, wo mein Maschenmarkierer ist und genau hier steche ich hinein. Weil hier habe ich auch wieder meine zwei Luftmaschen. Hier die erste ist zum Raufkommen und eine falsche feste Masche und die ist einfach dieses Zwischenglied, was wir hier überall haben. Und da steche ich hinein, hole meinen Faden rauf und mache eine feste Masche. Also so mache ich es halt immer. So, die Maschemarkierer hole ich mir hier raus und jetzt die Reihe ist vorüber. Jetzt mache ich wieder eine feste Masche, eine feste Masche, eine Luftmasche, eine zweite Luftmasche, drehe das Ganze um. Hier habe ich jetzt, seht ihr, meine erste feste Masche von unten. Da steche ich nicht hinein, sondern wieder unter der Luftmasche in dieses Loch und mache eine feste Masche. Und hier gebe ich mir gleich wieder meine Markierer hinein. So müsst ihr nicht herumsuchen beziehungsweise euren Faden, was ihr habt, sondern könnt hier einfach nur schön locker weiter häkeln. Seht ihr? Und dann wieder, wenn ihr das ein bisschen ungut sieht, kommt auch auf die Wolle drauf an, zieht das einfach ruhig ein bisschen auseinander und schlüpft da hinein und dann merkt ihr das dann genau. Seht ihr? Hier ist die feste Masche, hier ist die feste Masche, hier ist die Luftmasche, wo unten frei ist. Hineinschlüpfen, durchziehen, feste Masche, Luftmasche. Das machen wir jetzt wieder bis zum Ende. Ich bin jetzt wieder kurz vor Reihenende. Luftmasche. Und hier, wo ich mir markiert habe, da fahre ich wieder hinein, mache meine letzte feste Masche. den hole ich hier rein, runter, und wieder zwei Luftmaschen, drehe meine Arbeit und steche wieder hier hinein und meinen Markierer gebe ich mir wieder da rein, falls ihr es wollt und braucht, aber ich denke mal, es ist gar nicht so schlecht. So, meine Lieben, und jetzt häkelt ihr einfach rauf und runter, solange ihr euren Schal leicht wollt. So, ich bin jetzt fast am Schluss angelangt. Eine Luftmasche und hier meine letzte feste Masche. Dann schneide ich den Faden einfach nur ab. So, und jetzt ziehe ich das hier durch die Schlaufe einfach durch, ziehe das fest und werde den Faden auch gleich vernähen. Ich werde das jetzt einmal zeigen, weil ich das doch gefragt wurde, wie ich das leicht mache. So, gut, dafür nehmt euch einfach nur so eine Wollnadel, Stopknadel, eine Nadel, die nicht spitz ist und wo ihr euch nicht tun könnt. So, die halt stumpf ist. So, also ich tue mir da ehrlich gesagt nie viel was an. Ich schlüpfe da einfach nur rauf und runter. Einfach in mehreren Malen, so dass es einfach stabilisiert ist. Seht ihr? Da rauf und da dann irgendwie runter. Und dann wieder rauf und runter. Man bemerkt es dann sowieso nicht. So, und dann vielleicht noch einmal hier runter. Und dann schauen wir mal vielleicht da. Oder tue mal lieber da, damit man es nicht so sehr bemerkt. Aber, na, tut man eh nicht. So, und dann fahre ich da noch einmal hoch. So, und das reicht dann eigentlich. Seht ihr? Ich ziehe das dann einfach da weg und schneide das da einfach kurz ab und gut ist. Also das sollte normalerweise nicht aufgehen. So, und jetzt machen wir uns dann die Franzen. Ah, was ich, glaube ich, vergessen habe zu sagen, bei mir hat der Schal jetzt nicht ganz 1,60 Meter. Ihr könnt das bitte so lang, so kurz machen, wie ihr wollt. Aber ich habe das jetzt genau so gemacht, damit sich das ausgeht noch mit dem Franzen, dass ich da mit einem Knäuel durchkomme. Aber wie schon gesagt, ihr könnt das so breit und lang machen, wie ihr wollt. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich die Franzen gemacht habe. So, ich nehme da einfach nur ein Maßband oder ihr könnt das auch an was auch immer ihr wollt leicht messen. Ich habe auch meine Franzen, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, nicht so lang gemacht. Eher ein bisschen kürzer, einfach nur, dass sich das mit dem Knäuel ausgeht. Aber sonst, ich wollte halt nur wegen den Franzen, kein neues beginnen. Aber bitte, ihr müsst euch daran kein Beispiel nehmen. Macht eure Franzen, solange ihr wollt. Gut, ich nehme mir da einfach nur einmal hier mit dem Maßband 20 Zentimeter. Ich habe da mal eines. Dann halte ich mir das hier dazu, dann habe ich das zweite. Und dann klappe ich das einmal da so runter. Und habe mein drittes. Und da schneide ich das einfach einmal ab. Und hier schneide ich einmal durch. Und, na, heute bin ich wirklich ungeschickt. Und hier, das heißt, ich habe drei Fäden mit circa 20 Zentimeter. Jetzt nehme ich mir ein Ende vom Schal. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, entweder hier in diese Freiräume das reinfädeln oder in die festen Maschen. Das bleibt ganz euch überlassen. Ich mache es hier aber da, wo die Luftmaschen sind, da in die Freiräume. Das ist fast einfacher. Da fahre ich einfach nur mit der Nadel durch. Hole mir da die drei Fäden. So, halte das auch ein bisschen, dass es so gleichmäßig wie möglich ist. Schlüpfe da durch. Hier schaue ich dann auch, dass es leicht passt. Beziehungsweise eigentlich, wo ich es dann durchgeschlüpft habe. So. Und jetzt ein bisschen größer machen, dass man da durchfahren kann. Ihr könnt auch mit den Fingern durch, aber bei mir ist das zu kurz, damit das durchgeht. Und dann sehe ich das hier einfach nur so fest. Dann habe ich hier meine Franzen. So. Und so verfeihe ich jetzt hier in jedes Loch und gebe da meine Franzen rein. So sehen dann meine Franzen aus, meine Lieben. Wartet, sich das ein bisschen glatt streichen. Ihr könnt jetzt hier ein bisschen was wegschneiden, falls euch das da nicht gerade genug ist. Aber, ja, mich stört das jetzt eigentlich nicht. Sie sind eh halbwegs gleichmäßig, finde ich. Es geht halt. Ja, aber wie gesagt, könnt ihr natürlich zurecht schneiden, wenn ihr wollt. Hier auf der anderen Seite habe ich das auch gemacht. Seht ihr, da habe ich auch einfach nur da in die Freiräume hier die rein getan. Ja, und das war es dann eigentlich auch. So, meine Lieben, das war es dann auch schon für heute. Ich hoffe, dieses Sequel-Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar. Berichtet mir im Nachhinein, falls ihr so einen Schal gehäkelt habt. Da würde ich mich sehr über euer Feedback freuen, beziehungsweise vielleicht auch über Fotos. Die könnt ihr mir dann entweder posten auf Facebook oder auf Instagram. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.